Vier Siege am Stück sind es schon und fünf sollen es nach Möglichkeit am Samstagnachmittag sein, wenn das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim SC Paderborn zu Ende ist. Das zumindest haben sich die Bremer fest vorgenommen. Und wenn wir die Eindrücke, die wir hier eben während des Abschlusstraining sammeln durften, mal zugrunde legen, dann stehen die Chancen dafür alles andere als schlecht. Denn, ja, man kann es nicht anders sagen, da war richtig Feuer drin. Es war auch gute Laune, es wurde geflaxt, es wurde hier und da gescherzt. Aber als es dann wirklich darauf ankam, da war die Mannschaft da und es ging zur Sache, am besten zu sehen. Im Abschlussspielchen eben Marco Friedl erst schießt er ein Traumtor und kurze Zeit später staucht er die Kollegen zusammen, weil er da mit einer Lösung im Spielaufbau nicht zufrieden war. Also diese Mannschaft, die will und die hat sich sehr, sehr viel vorgenommen und das will sie in Paderborn zeigen. Und ja, ein kurzer Blick auf die Tabelle zeigt ja im Grunde allen schon, wie wertvoll und wie wichtig dieser fünfte Sieg in Folge sein würde. Denn damit würde Werder, wenn man so möchte, tatsächlich endgültig vor Anker gehen da oben in der Spitzengruppe der zweiten Liga. Und in Paderborn zu gewinnen ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber auch alles andere als unmöglich. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok, wir erinnern uns, im Endspurt des vergangenen Jahres ziemlich geschwächelt, so ein bisschen den Rhythmus verloren. Jetzt mit einem 2 zu 1 gegen Nürnberg ganz gut wieder reingekommen, aber dennoch eine Aufgabe, die das Werder Bremen in der Form der vergangenen Wochen definitiv bewältigen sollte können. Was die Startaufstellung der vergangenen Wochen angeht, wir wissen das alle viermal in Folge, die gleiche Startelf, vier Siegel. Würde man ja meinen, am besten gar nichts dran ändern, einfach so weitermachen. Das könnte auch stimmen, aber Ole Werner wird gezwungen sein, das erste Mal seit er Werder-Trainer ist, an dieser Startaufstellung zu drehen. Denn Felix Agu wird das Spiel verpassen. Zumindest war er jetzt eben beim Abschlusstraining nicht dabei. Er hat Probleme an der Patella-Szene nach wie vor und das macht einen Einsatz von ihm morgen in Paderborn. Ja, schließt ihn im Grunde eigentlich schon aus. Also der wird nicht spielen, sodass Werner sich da etwas einfallen lassen muss. Und es spricht sehr, sehr viel dafür, dass Manuel Mbom nach vielen Wochen endlich mal in die Startelf zurückkehrt und das da hinten rechts dann lösen kann. Das hat er schon gespielt, er hat schon gezeigt, dass er das kann. Und das ist eben auch eine Option und eine Lösung, die den Vorteil bietet, dass Werner auf vielen anderen Positionen einfach nichts zu ändern muss und jetzt keine größeren Operationen vornehmen müsste und beispielsweise Veljkovic auf die Position stellt und dann in der Innenverteidigung wieder andere Lösungen braucht. Nein, ich denke, Manuel Mbom wird da seine Chance bekommen. Paderborn haben wir eben schon kurz angesprochen, die haben zwei Punkte weniger als Werder in der Tabelle und die dürften gewillt sein, ihren Schwung nach diesem Nürnbergspiel mitzunehmen. Und der Trainer Lukas Krasnyok, der hatte in der Hinrunde, als Markus Anfang noch Werder-Trainer war, gesagt, naja, wie Markus Anfang Fußball spielen lassen lässt, das weiß man im Grunde in diesem 4-3-3-System. Da sind wir gut drauf vorbereitet. So gesehen dürfte er auch wissen, wie Ole Werner Fußball spielen lässt als Werder-Trainer, nämlich in dem 3-5-2-System, das in der Vergangenheit allerdings so erfolgreich war, dass es die große Frage ist, ob die Paderborner morgen in der Lage sind, da etwas entgegenzusetzen.